Hallo, da sind wir wieder, Pippa und Gitte. Wir spielen die dritte Episode von The Long Dark und sind jetzt hier immer wieder mal, nein, gerade mal wieder draußen in der Landschaft, wie üblich. Hier ist einer von diesen Gefangenen, die da entkommen sind. Die sollten ja von Schwarzfels irgendwie verlegt werden, es war so ein Gefängnis. Und viele von denen sind nicht angekommen, die hatten auch einen Unfall. Ich glaube, einige sind wahrscheinlich auch abgehauen. Aber guck mal hier, kaputter Pfeil. Das ist ein kaputter Pfeil, ja. Der ist mit Pfeilen erschossen worden? Ja, dann lesen wir doch mal, was hier steht. Ach, irgendwas hat mich gebissen, war ein Fehler, Matthias zu folgen. Kein Anführer, ihm ist nicht zu trauen. nach Hause bringt er dich jedenfalls nicht. Aha. Matthias war wohl derjenige, vielleicht hat er den Aufstand, weil er den Aufstand angeführt hat. Und die Leute dann irgendwie irgendwo hinführen wollten. In die Freiheit oder was weiß ich. Ja, ist komisch. Was mit dem Pfeil? Na ja, ist ein bisschen schwer, aber... Was denn? Ach so, ja. Ich bin doch auf Schleichen, ja. Ja, du bist auf Schleichen. Ich wundere mich immer, dass es so langsam läuft. Ich habe schon gesagt, das Spiel wäre gar nicht so interessant, wenn wir nicht immer die Wölfe hätten. Die Wölfe machen das richtig spannend. Es ist immer die Frage, schaffen wir es in dieser Folge, die Wölfe zu besiegen, oder müssen wir noch eine Folge drauf? Stimmt's? Tja. Also, ich versuche jetzt mal hier runter zu gehen und hier am Nordrand von diesen... Was machen denn diese Ausrufezeichen? Sind das immer diese... Ja, Schwarzfelsleute. Da ist auch noch ein Schwarzfels. Hier steht auch ein Text dazu. Kann ich das nochmal lesen? Ja. Ob die Ereignisse in Milton durch die Berge... Ja, ob dir die Ereignisse in Milton durch die Berge gefolgt sind. Ja. Das müssen wir uns halt angucken. Gut, ja. Gut, also der ist tot. Das ist keine... Der ist keine Gefahr mehr. Ja. Okay. Ich meine, nicht nur für uns, sondern möglicherweise auch für die Leute in dem Gemeindezentrum. Wenn wir Schwerverbrecher sind, dann machen die wahrscheinlich von nix halt. Davon ist auszugehen, ja. Das sieht nicht so richtig gut aus hier. Aber hier sieht es deutlich besser aus. Ein bisschen steil ist es doch, ne? Ah, hier haben wir wieder einen Wasserfall. Ja. Strahlend blauer Himmel. Ja. Wie sagt ihr in Österreich? Königswetter oder so ähnlich? Ja, Kaiserwetter. Oder Kaiserwetter, sagt ihr so. Ja, ihr habt ja einen Kaiser. Gehabt. Ihr habt es natürlich. Deswegen K&K. Kaiserlich, Königlich. Kaiserlich, Königlich ist ja K&K. Ja. Oh, hier gibt es aber eine Menge Haligdruck. Ja, die sind eigentlich auch wirklich gefühlt. Man soll sie mitnehmen, wenn man sie findet. Ja. Badflechten haben wir schon lange keine mehr gesehen, ne? Das stimmt. Die scheinen hierzulande ziemlich rar zu sein. So, zum Wasserfall müssen wir wohl nicht unbedingt. Dann gehen wir hier auf der anderen Seite wieder hoch. Ja. Und dann gehen wir hier auf der anderen Seite wieder hoch. Das sieht nicht nach Höhle oder so aus. Ah, das ist schön. Da ist so ein Zweig in fünf Minuten zerlegt. Das gefällt mir gut. Das ist richtig schön hier im Augenblick, ne? Ja. Mit dem blauen Himmel und so. Ein ganzer Ast. Ach, 45. Egal. 50 ist, friert es schon wieder. Sie friert. Ne, ne, das wollen wir jetzt nicht riskieren. Gut. Ist das eine Höhle oder sieht das nur so aus? Was denn? Ja. Wir gehen mal gucken. Ne, das sieht nur aus wie eine Höhle. Ach so, dass man da rein kann oder so. Ja. Das hat aus der Fahne ausgesehen wie eine Höhle, aber jetzt wohl keine. Sie klappert vor sich hin. Drehen. Oh. Ach, wir müssen ja auch den Wolf noch ausschlachten, der da hinten im Flussbett vor der Höhle liegt. Ist das ein Wolf? Den haben wir doch erschossen. Ach so. Warum hast du das nicht leicht gemacht? Keine Zeit. Ich dachte auch schon, man kann ja nicht auch das Fell abziehen und dann sich mal Wolfshandschuhe oder Mütze oder irgendwas machen? Ja. Man ist ja ja eigentlich, ist hier im Grunde eigentlich Schall drum. Wenn irgendjemanden, irgendjemanden erschießt, ist gut. Wir sind hier. Irgendein Wolf erschießt und das dann nicht nutzt. Wir sind hier und auf dieser Seite. Ich dachte, wir werden nördlich davon. Ist das ein See? Ach, das ist die große Geschichte. Das sind die großen Geschichten. Aha. Da ist ein Schwarzfels. Da ist ein Schwarzfels und da ist ein Schwarzfels. Ich wollte mal gucken, was haben wir hier? Klamottenmäßig müsste das sein. Ja. Nix. Das sind Blaupausen. Das auch. Ach so. Wir haben ja kein Ding hier, keine Bergbank, oder? Nö. Ich will nur gucken. Also einen Bogen, wenn wir das nötiger hätten. Böken. Ach so, was steht denn eigentlich bei den Hagebutten? Äh, Hagebutten. Mh. Mh. Genau. Tee mit teilsamen Eigenschaften. Aha. Na gut. Aber jetzt. Äh. Was, äh? Jetzt weißt du ja nicht mal, wo du hin wolltest. In welche Richtung war ich jetzt unterricht? Guckst du, da siehst du doch, wie du guckst. Auf der Karte kann man das ja sehen. Ja. Du guckst jetzt genau auf dieses Ding hier. In dieser Richtung. Und da, wo möglicherweise noch einer von den Schwarzfelsblorfen ist. Ja. Von dem wir nur hoffen können, dass er schon tot ist. Ja. Sonst müssen wir ihn unter Umständen ja töten. Sonst müsste er erst ihre Schießkünste unter Beweis stellen. Ja. Und das wird schwierig. Ist vielleicht nicht ganz so schnell. Hey. Ja. Da ist ein Pfeil. Der ist auch erschossen, oder? Ja. Na, sag mal. Das ist brutal. Cremenfeder. Auch mit einem Pfeil. Ja, eben. Ja, schon. Aber. Schick nur gefrorene Leiche. Genutzte Thermounterwäsche. Oh ja. Wir brauchen sowieso Stoff. Jungen, der hat jemand so, der hat jemand die Kleidung geklaut, oder? Oder waren wir das? Ne, wir waren das nicht. Klar nicht. Aber, irgendjemand hat die genommen. Der liegt doch da in Thermounterwäsche. Tja. Vielleicht hat er nicht mehr gehabt. Ja, kann auch sein. Ja, ja, ich mach schon auf. Ach, guck doch. Irgendwas da draußen jagt uns. Habt ihr nicht kommen sehen? Dachte, wir hätten sie unten bei der Straße abgeschüttelt. Ja. Ah. Wir wissen nicht, was sie jagt. Wir sind es nicht. Jemand jagt sie mit Pfeil und Bogen. Ja. Und wir kennen jemanden, der mit Pfeil und Bogen... Du meinst Molli. Molli hat doch... Mhm. ...den Wolf mit Pfeil und Bogen erschossen. Ja. Also, ich hab doch in den meisten Spielen ganz gern mit Bogen gespielt. Vielleicht sollte ich vom Gewehr auf Bogen umsteigen. Na, ich weiß nicht. Aber mit den drei Pfeilen, die wir haben... Abgesehen mal davon. ...komme man nicht weit. So, wer ist hier nicht drin? Sei denn hier in der Ecke, aber da ist auch nichts. Nö. Mehr ist hier nicht. Da ist auch nichts. Gut. Naja, dass ich wahrscheinlich in Lagerfeuer gemacht. So richtig kalt ist ja nicht. Die Temperatur geht sogar hoch. Guck mal, hier sind sogar Fußabdrücke. Also, wenn wir versuchen, das sind unsere. Das sind unsere. Das sind Astrid's. Einmal rein, einmal raus. Ja, das schon, aber doch nicht nur, oder? Doch. Oder meinst du das? Ja. Dann hat es inzwischen geschneit. Was immer an Fußabdrücken da war... Die sind weg. Ist schon weg. Genau. Man könnte mal wieder was futtern, he? Natürlich. Was haben wir? Was ist schwer? Haben wir Hundefutter? Nein. Doch. Ja klar, haben wir gerade gefunden. Oh. Weg damit. Ich weiß nicht, wie das schon riecht. Hundefutter finde ich riecht ganz scheußlich. Wieso? Katzenfutter riecht auch nicht besser. Spitzenfässig ist Verschwendung. Viel Zucker drin. Aufwählen. So. Dann müssen wir mal gucken. Ja. Äh, ja. Ja, ja. Dann geht es hier ungefähr weiter, he? Ja. Gutes oder schlechtes Zeichen? Was denn? Ja, der hat automatisch gespeichert. Äh. Nee. Du willst ja woanders hin, oder? Wo willst du hin eigentlich? Äh, Richtung nach Hause ist... Na dann, du weißt ja eigentlich auch... Wir müssen hier abladen. Ja, dann. Ja, so rechtslich. Wir wollen ja auch gucken, was es in der Gegend so gibt. Mal sehen, ob wir da rumkommen. Entdeckt man vielleicht doch die eine oder andere Hütte, oder... Au, jetzt wird es aber langsam wieder steil, ja? Ja. Nee, 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 nee. Überladen haben wir ja schon festgestellt. Jetzt ist das gar nicht so gut. Ja, da ist die Verstauungsgefahr groß. Ja. Na, da gehen wir lieber runter und laufen unten lang. Ja, hier ist auch so eine Rinne. Geh mal lieber am Fluss entlang. Äh. Äh. Oh, nee. Überall so steil hier. Läufe ich mal wieder in die Richtung, in die ich gar nicht will. Hier ist okay. Aber das scheint zu gehen hier. Ja. So. Ah, das ist diese Brücke. Dann laufen wir mal hier lang. Kannst du jetzt wieder speichern? Ja. Dahin ist die andere Brücke, oder? Ja. Sieht man nicht allzu viel hier. Kann ich hier mal die Felsen wegräumen? Die stören. Ach, die können aber ganz hilfreich sein, wenn's stürmt. Was ist das? Sieht ja komisch aus, diese Pflanzen, ne? Ja. Kann man aber nix anfangen damit, oder? Nee. Nö. In allen Größen, aber nix. Äh, langweilig. Klappende Geräusche. Ja. Nix viel los hier, ne? Naja. Hier ist immer mit nicht viel los, aber ich bin nicht so unglücklich darüber. Na, auf Wolfsgeheu kann ich immer verzichten. Ah. Aber so die eine oder andere Hütte zum Durchstöbern. Da hätte ich auch nichts geben, wenn da war. Da hätte ich auch nichts geben, wenn da war. Ich sehe auch keine. Wo sind die? Da hinten. Ja. 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 Muss man hier eigentlich erstmal die Aufgaben erfüllen, bevor man überhaupt weiterkommt? Ja. 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 Sollten wir uns vielleicht umgucken. Ist da ein Wolf? Ist da noch was dran, Andi? Oder siehst du noch so aus als ob? Guck. Guck. Sehr fleischt. Das waren bestimmt die Würfe. So. Ah. Acht Kilo. Kilo Fleisch. Ach du Schande. 2 Stunden 40. 2 Stunden 41. 2 Stunden 41. 1 Stunde 20. Ja. 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 Die Sonne geht unter. Ja. Ja. Ist gut. Ist gut. Das muss es reichen. Speichern. Heißt das da oben, diese drei Federn? Ich habe eine Fährte. Man kann mich Kilometer weit riechen. Klar. Klar hast du eine Fährte. So. Äh. 45. 30. Stimmt. Die gab es ja. Das war ja auch schon in den ersten beiden Teilen. Ja. Ja. Ich wüsste nicht. Äh. Ja. 20 Minuten. Die Sonne geht unter. Nein. Ja. Am besten nimmst du deine Öllampe. Ja. Ja. So. Jetzt. Oh. Es fängt an zu schneien. Da hinten ist die. Solange es so leise schneit ist okay. Da hinten. Obwohl du natürlich dann schwerer wirst. Weil da irgendwie feucht wird auch. Ja. Aber da hinten ist die Brücke. Ja. So. Jetzt hat sie natürlich ein Wahnsinns Tempo drauf. Und auch. Ich meine im Grunde ja noch eigentlich. Sehe ich gar nicht, dass sie sich überhaupt bewegt. Bewegt sie sich? Ja. Ja. Es geht auch gut bergauf. Aber sie ist natürlich jetzt mächtig überladen. Ja. 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 Bei diesem Tempo. Da kommst du die ganze. Müsst du die ganze Nacht durchlaufen. Bei diesem Tempo. Müsst du da hinten auch noch hoch. Ja. Sie muss hier erstmal wieder runter. Und dann wieder hoch. Karte gucken. Nee. Eigentlich nicht. Brauchst du eigentlich nicht. Da ist die Straße. Ja. So ist es. Ich meine. Bisher haben wir keinen großen Wind. Ein bisschen. Aber es ist nicht so schlimm. Naja. Äh. Was denn? Naja. Es wird nass. Wenn der Schnee so pampig ist. Pappig. Ja. Ich weiß schon. Pappig. Pappig heißt es. Dann wird es nass. Es wird nass. Wenn der Schnee so pampig ist. Nein. Die Nacht ist fast schon mit da. Ja. Dann beweg dich mal ein bisschen schneller. Möchte ich dich mal ersehen. Wenn du. Nee. Nix ist mitlaufen. Nee das kannst du nicht. Laufens. Möchte mal sehen wie du dich bewegst. So kalt ein Feuer machen. Ja ein heißes Feuer sagt sie. Also ich schätze mal. Du solltest gucken ob du nicht ein hübsches kleines Plätzchen findest. Wo du ein Feuer machen kannst. Ja. Mal gucken. Na hier ist ziemlich schlecht mit Feuer machen. Und. Ich sehe weit und breit nur Bäume. Höchstens da hinten an den Felsen. Na dann erfriert sie gleich. Aber sie erfriert mit viel Futter in der Magen knurrt. Sie hat auch noch Hunger. Ihr Magen knurrt doch auch ständig. Aber wenigstens sind wir jetzt an der Straße. Ja nicht dass das hier irgendwie wärmachtig ist. Ist doch schon mal was. Ah Schnee treiben wird immer dichter. Also es kann jetzt nur noch ein paar Tage dauern bis sie es geschafft hat. Aja so schrecklich weit ist es gar nicht mehr. Allerdings hat sie ein mächtiges Tempo drauf. Ja. Kriechen wäre auch nicht langsam. Dann wirst du wieder leichter. Oh 21. Traust du dich. Ah. Ich würde es nicht machen. Wegschmeißen. Ja. Acht. Achtzehn. Wegschmeißen. Mann was haben wir da alles aufgehoben. So. Alle Sachen die ja drin waren hier in dem Vorratsbunker hast du auch genommen ohne zu gucken eigentlich. Ja das stimmt. So. Ja. So schrecklich. Die halkvoll sind die gar nicht. Jetzt kommt auch noch Wind auf. Toll. Ja. Äh. So. Ja jetzt ist das auf Richtigkeit. Da sollst du jetzt mal gucken. Kaffee. Und jetzt steht da stundenlang isst und trinkt. Ja dann wird sie ein bisschen leichter. Ja jetzt kommt die Erschöpfung verringert. Das ist ja nett. Schöner. Oh weia. Das kann man gar nicht mehr sehen. Nein. Ich weiß nicht. Ich hab's 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 nicht. Ja. Ich hab's nicht. Überredet. Na gut. Nicht alles. Außerdem steht da ja auch schimmlig jetzt bei einigen Gestanden. Also nix wie los. Temperatur, du bist ja ganz rot. Du hast gar keine Körperwärmung mehr. Ja. Weißt du, so kann man das auch machen. Jemandem. Ja, ja, ja. Jetzt wird's spannend. Oh Gott. Nein. Ich weiß ja nicht, wann Pepe das letzte Mal gespeichert hat. Aber ich schätze sie wird's diesmal, diesmal wird sie erfrieren. Ja. Na hier ist aber auch kein... Das ist nicht ruhig. Doch, hier ist ruhig. Mach ein Feuer. Ja. Na, wenn jetzt hier irgendwo ein Patient... Ja. Ja, hier. Ha, zum Lappen. Buch oder was auch immer. Alles. Ja. Völlig egal. 100% ist immer gut. In dem Fall. Auf jeden Fall. Ja, das Fleisch, das müsste eigentlich relativ frisch bleiben. Da am Straßenrand. Müssen wir uns morgen dann suchen. Aber auf jeden Fall kann sie da ein bisschen besser laufen. So, ich fürchte, 17 Minuten ist zu wenig. Wir haben Kohle. Stock. Eins von sieben. Nee. Kohle, genau. Ist zwar auch Verschwendung. Aber Kohle haben wir mehr. Und außerdem braucht es sich richtig erholen. Zumindest nur noch eine Stunde. Ja. Aber sie muss ja wieder richtig okay sein, ne? Ja. Ja. Da kann man jetzt nicht knicklich sein. Stimme am Feuer ausruhen. So. Ach, ich bin ein Heizmittelverschwender erster Güte. Mann, das sieht man ja kaum. Du kannst auch sagen, sie ist gestorben, weil derjenige, der sie geführt hat, so geizig war. Ja. Wir sind gleich da. Jetzt kannst du ja da laufen. Wir sind auf der Straße. Ja. Wir können in diese Richtung weiter laufen. Naja. Die Ölanbe kann man jetzt ja wohl schlecht tragen. Keine Ahnung, wo der hinter ist. Du musst ab und zu mal die... Ja, hier. Dann gibt's. Das ist die Straße. Ja. Ich hoffe, das ist die richtige Richtung. Das hoffe ich auch. Damit ich auf die Karte gucken wollte. Wir hoffen. Ja. Ist gut. Ja, ja, ich meine, man muss es auch abenteuerlich machen. Wenn es zu ruhig ist, muss man dafür sorgen, dass man... Ja. Du weißt ja, wenn's dem Esel zu wohl wird, geht er aufs Eis. Wie auch überhaupt nicht. Ja. Man sieht noch ein bisschen was von der Straße. Ja. So, sie fängt schon wieder an zu frieren. Ja. Das erste Stoppschild werden wir ignorieren. Das haben wir schon gespielt. Das Spiel beim ersten Stoppschild abzweigen. Ja. Ich meine, jetzt wird's aber langsam echt blöd hier. Ja. Ja. Wer musste hier das Reh aus dem anderen nehmen? Ja. Und sich vollladen, sodass er nicht mehr laufen konnte. So. Gibt's hier ja rein? Da ist ein Haus. Das ist unser. Nein. Das ist das Gemeindehaus. Aber wir gehen jetzt erstmal da rein, weil bei dem Schneesturm... Wir gehen jetzt ins erste Haus, das wir sehen. Ich hoffe, er hat nicht abgeschossen für die Nacht. Hat er nicht. Gott sei Dank. Zum Glück. Weil bei dem Sturm finden wir unser Haus noch nicht mal. Das ist das allerblödeste. Naja. Wo es da so schreck gegenüber ist eigentlich. So. Dann nix wie ans Feuer. Ja. So. Wir wollten sowieso wieder Wasser machen. Guck mal. Passt's doch. Ja. So. Garn. Und. Nicht trinkbares Wasser. Warten. Und einstecken. Sag mal, wir hatten doch nicht trinkbares Wasser, oder? Ja. Aber ich weiß nicht. Haben wir nicht da mal irgendwas eingeladen wieder? Aber das habe ich wohl. Das habe ich irgendwo abgelagert. Ja. Eingelagert. Abgelagert. Was auch immer. Na gut. Machen wir noch mal eine Ladung. Und dann können wir mal gucken, ob man dann vielleicht über die Straße nach Hause gehen kann. Kannst du auch mal in die Küche gucken, ob du irgendwas ablegen kannst. Dann bist du schon mal ein bisschen leichter noch. Ja. Wenn wir schon mal hier sind. Da ist jemand müde. Ja, das könnte sein, dass das ist. Dann kommt's. Wundert mich richtig. Aber du musst doch mal einen Gang in die Küche machen. Ja. Es ist schon dunkel hier. Aber wo soll der Strom herkommen? Es gibt keine. Es gibt nur Kerzen. Dafür haben sie aber reichlich. Also, Badflechtenverband haben wir keinen. Ja, aber du hast Antiseptikum. Haben wir drüben. Haben wir zu Hause. Können wir hier schon mal eins reinlegen. Ja. Dann haben wir schon mal zwei. Ja. Kalorien, Essen, Trinken. Gucken wir mal. Ja. Können wir einmal in Packungen reinpacken. Naja, eine. Eine davon. Ich hab mich schon gefragt, wo du die Packungen her hast. Aber da oben ist auch noch eine. Das Reh muss man ja erstmal braten. Das Reh muss man ja erstmal braten. Das Reh muss man ja erstmal braten. 3.990, ne. Ist ein mühsames Geschäft, ne. 48 Stunden Feuerholz. 48 Stunden Feuerholz. Feuerholz, oder? Da können wir eine machen. Feuerholz oder andere. Ach, gut. Ach, gut. Lackporlinge. Lackporlinge müsst ihr auch mal mitbringen. Ja. Verbände. Verbände. Verbände würde ich nicht machen. Die brauchst du. So wie du daneben schießt. Die können wir doch machen. Außerdem haben wir zuhause, glaube ich, noch welche. Meinst du, glaube ich. Na bitte mal. Petroleum. Ach, Lackporlinge haben wir echt. Wie viel Petroleum haben wir? Hä? Ich hab doch einen Kanister mitgenommen. Da ist er. Aber nicht so viel. Na. Nein. Hä? Geht nur gar nichts. Den kann man nur im Stück rumladen. Ja. Ne. Dann machen wir das nicht. Dann holen wir lieber die kleinen Behälter von zuhause. Ja. So. Was noch? Antibiotika, glänzende Lackporlinge. Die hat er schon alle, glaube ich. Fünf Stück haben wir gegeben. Antibiotika haben wir zuhause auch reichlich eingelagert. Wie viel brauchen Sie? Sechs. Ne, fünf haben wir schon. Drei brauchen Sie nur mehr. Ja. Also gucken. Ach so, hier steht es ja. Ja, ja. Deswegen eine von sechs. Drei. Okay. So. Jetzt sind die auch grau. Auch erledigt. Also Petroleum, Verbände, Brennstoff, Futter und Antiseptikum. Gut. Dann gehen wir mal nach Hause. Ja. Vorausgesetzt, wir finden noch nach Hause. Das können wir ja noch gucken, ob wir das schaffen und dann machen wir Schluss. Ja. Mal sehen, wie es da draußen aussieht. Ja. Dann wirst du dich um das Rehfleisch auch kümmern müssen. Musst du vorbereiten. Dann kannst du es wahrscheinlich auch. Ja. Das Haus hat aufgehört. Wir sehen sogar unser Haus. Dann kannst du das ja auch hier einlagern, das Reh, wenn du es vorbereitet oder zubereitet hast, richtig. Ja. Ich glaube, das muss man nur braten oder kochen oder irgend so. Braten muss man es, glaube ich. Oder ja. Ja. Einfach auch. Auf jeden Fall garen muss man das. Ja. Gut, dann machen wir jetzt Schluss. Das Haus steht noch. Du stinkst noch, äh, riechst noch, Astrid. Und es ist stockduster. Okay. Wir sehen, dass wir nichts sehen. Okay. Bis zum nächsten Mal dann, ja. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.